Jo, what's up Benno? Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Black Ops 2. Heute die Map Hijacked, das ist so ein Luxusfrachter oben, Frachter. Und ich spiele mit SKH, Hardliner Kugelsichere Veste, Plünderer, Techniker, Semtex, Blendkranate, Reflex, Vordergriff und Extragierer. So, ich habe ein Kreuz als Fahnenkreuz. Also eigentlich nur ein Rotpunkt für Sie, aber ich habe jetzt mein grünes Kreuz gewählt. Ein Kampfmesser als Weitwaffe. Und ich schleiche mich jetzt mal hier so von unten an die Gegner ran. Also übrigens mit dem Kampfmesser läuft er doch mal schneller. Und ich glaube, ja, wir spielen. Ach, scheiße, es hat Schuss bestätigt. Es gibt nichts, was ich nur noch seit Abschuss bestätigt. Ja, da sind wir mal wieder. Ein Gegner kommt selten allein, ne? Abschuss bestätigt. Und diese kleinen Kistchen, daraus bekomme ich immer mehr zu. Abschuss bestätigt. Ich habe sie jetzt mal irgendwie gespannt. Ich glaube, es ist... Ja, schon bin auch getroffen, aber es bringt nichts. Irgendwie ist es... Ich hasse es einfach mit diesem... Wenn man es einsammeln muss, das ist gut. Weil das Einsammeln bringt mehr als das Töten. Ja, eher trägt ich bald. Das heißt, ich könnte jetzt einfach frei rumlaufen. Dir nichts, mir nichts. Immer ein bisschen was tun. Aber das tue ich nicht. Ach, ja, toll. Komm, komm. Ach, Seitenwechsel. Ja, man sollte vielleicht auch so nahe sein. Das war eine... P90. So, und... Würde ich mal sagen, ich gehe jetzt mal nach. Ich fack das jetzt ehrlich ab. Na, keiner da. Also oben auf der Minimap seht ihr schon rote Punkte. Das heißt, die kommen hier lang. Ah, scheiße. Das hätte ich hören müssen, sonst ist der eine Mitte, dann müsste er nach mir stechen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo der ist. Das ist nämlich die Light. Das bringt mir auch Punkte, wenn ich sowas zerstöre. Ach ja, genau. Na, ich bin der Kopf 2. Ähm, und rechts über Angepasst, ähm, schau, ich bin mit ihr in kleinen weißen Button und vielleicht wird er noch größer, hier zum Beispiel. Und was bringt mir das? Und wenn ich eine Kill-Serie mal ran poste, so, hau, nicht. Also wenn das voll ist, bekomme ich meine Kill-Serie, Punkte-Serie, Kill-Streak, wie er es auch nennt. Ja, angeblich nicht getroffen. Schon wieder von der PDW. Immer nicht das, sagt man. Ich hab das Gefühl, ich bin immer der schlechteste Match, der ich je gespielt habe. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich sich noch bessern werde. Oder vielleicht. So, das ist mir nicht mein Freund, das ist mir nicht. Ja, schön mit der Skorpion. Ihr habt ja nichts anderes zu tun. Und hier seht ihr zum Beispiel, habe ich gerade Abschuss geklaut. Und hier, falsches Ziel, mein Freund. Ich laufe jetzt mal wieder auf die andere Seite. Was da oben ist, das ist eine Schublade. Durch das Brauch oder die Fähigkeit Techniker kann ich alles und jede Ausrüstung sehen. Sehr praktisch, wenn ihr mich fragt. Und schon wieder ein Freund kommt, das ist ja ein, nein. Ganz toll. Ich kenne mir jetzt einfach mal ein bisschen zeneinander, würde ich sagen, mit der hier. Ach, und. Kommt jetzt wieder einer. Ja, geblendet, rennt aber trotzdem noch voller Enthusiasmus weiter. Und, ja, bringt mich um. Was ist denn hier? Ne, ne, ne. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Jetzt hole ich das Chicken aus. Die Chicken. Das ist eine Kurs. Das ist ein Dreischuss. Und, ja. Das ist eine MP. Ja, eine MP. Hat normalerweise Dauerfeuer. Die hat aber nur drei Schuss. Und, die macht so einen hohen Schaden. Glaubt man doch. Ach, die entfernen wir uns davon ist nicht schlecht. Wenn ich jetzt die damit vor nicht gespielt habe. Ich mag die nicht so. Ich bin, ich finde die ist viel... Aber egal, jetzt habe ich endlich mal eine Kill-Serie und es geht weiter, Leute. Ja, auch wenn ich das jetzt geklaut habe, was ich über zugeben muss. Jetzt benutze ich meinen Blitzschlag. Das sind Jets, die werfen feindliche Bomber mit einem normalen iPad. Auf dem Weg zu ihrer Position. So, und jetzt wird gleich angezeigt. Hat jemand getroffen. Zwei bestätigt. Zwei getroffen. Nicht schlecht. Jetzt lohnt sich das Hunter-Killer-Teil. Es ist ein Flugzeug. Ja, ein Flugzeug. Es fliegt gleich in die Lüfte. So ein kleiner Handy packt da. Und trifft hoffentlich jemanden. Ja, dafür habe ich dann auch wieder Punkte bekommen. Und jetzt fordere ich meinen heißgeliebtes Package an, wenn ich nicht von einem Blitzschlag getroffen wäre. Wie, 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 wie? Das Scheiß der Höchste ist auf deiner Seite. Ja, und es freut mich sehr. Es wäre... So, wichser. Es wäre eine Kriegsmaschine gewesen. Es ist eine vollautomatische Garmatenwerfer. Eingesetzten. Abschuss bestätigt. Ey, die haben heute auch keine Wissenschen. Außer mir meinen Kehrpäck nicht zutrauen. Da seht ihr mal, was das für Arsgeier sind. Abschuss verletzt. Ja, verreckt doch an der Grandade. Also wenn ich den aus meinem Team finde, dann schmeiße ich sie nicht mehr. Ja. Ach, da liegt die Marke. Jetzt benutze ich wieder mein cooles Alltag. Und springen die Gegner in die Luft. Jetzt, liebe Leute, darf ich endlich mal meinen Kehrpäck. Sag mal. Ja, haben wir das schon mal gesehen? Ah, nicht schon wieder auf der anderen Seite, ne? Junge, Junge. Schwierig Zeit, Mann, das hier. Nee, ne? Ey, nicht schon wieder geklaut. Abschuss bestätigt. Ach, scheiße, ich hab nicht irgendwo gemacht, hab ich so witzig. Ständig glauben wir was. Ist doch nicht mehr normal. Lasermarkiererabschüsse. Aha. Jetzt hoffe ich, dass da auch mein Sniper sich hier nicht ausscheiden kann. Nee, aber so ist eigentlich egal. Die Marke kommt jetzt trotzdem. Und... So. Gleich habe ich wieder Blitzstack. Vielleicht zerstören. Klasse, muss ich jetzt auch bekommen. Ihr seht, hier geht's nur um Punkte. So, jetzt hab ich hier einen stylischen Jet. Nee. Den Fehler machen wir nochmal. Ja, keinen getroffen. So, und jetzt werfe ich mein Kehrpäck ab. Nicht wieder die Fels von eben. Wie? Sind die da hinten runtergekommen, Leute? Komm, die gehören jetzt aber mal mir, Leute, ne? Das wäre ein Konterspionageflugzeug. Und mit F... Äh, mit Doppel-R habe ich das geändert. Das ist jetzt ein schönes Geschütz. Ich muss sagen, ein Geschütz, das ist etwas sehr Schönes. Äh. Na? So, dann wollen wir es mal fernsteuern. Hingelegt. Mit Linksklick kann ich hier zoomen. Naja, schade, nur getroffen. Aber, hier seht ihr ein... Das war ein Let's Play Black Ops 2 von mir. Schreibt was in die Kommentare und falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, was ich besser machen könnte, was natürlich sehr vieles ist, da ich gerade erst mit dem Let's Play's angefangen habe. Ähm, jo, schreibt es ruhig rein. Äh, ihr könnt euch ruhig Kritik... Ihr könnt auch ruhig Kritik reinschreiben. Keine Angst, macht ruhig. Ich werde euch dafür nicht hassen. Und hasta la vista.